Musik Willkommen zum Weihnachtsspecial 2016. Ja, es geht heute weiter in Silverglade beim Ratsmann mit den Weihnachtsquests. Mal schauen, was wir heute so machen dürfen. Manche Dorfbewohner finden, dass wir auch weiße Kugeln im Baum haben sollten. Vielleicht können wir noch ein paar dazuhängen. Sprich mit Steve. Er hat ja immerhin die roten und die weißen Kugeln letztes Jahr. Achso, er hatte sie letztes Jahr. Okay. Dann schauen wir mal, ob Steve auch die weißen Kugeln noch hat. Huch, und ob wir die haben dürfen. Ja, also langsam wird es dann doch recht voll am Weihnachtsbaum. Ich bin mal gespannt, was da noch alles zukommt. Ui, die weißen Kugeln. Die habe ich Will im Tausch gegen die roten Kugeln gegeben, die ich bei der Windmühle hatte. Oh. Wir können Will's Kugeln nicht nochmal tauschen. Aber weißt du was? Ich habe ein paar silberne Kugeln. Ist ja fast wie weiß. Nimm sie und häng sie in den Baum. Niemand wird den Unterschied merken. Silber ist ja auch sehr schön. Häng sie auf und sprich mit dem Ratsmann. Ja, also ich hätte nichts gegen silberne Kugeln. Das wird schon... Haben wir nicht eben zwei Fragmente bekommen? Naja, gut. Schauen wir mal. Oder wir kriegen sie erst gleich. Gut, die silbernen Kugeln. Ja, bin ich mal gespannt, ob dem Ratsmann da irgendwas auffällt. Von der Seite geht es nicht. Nee, geht nur von hier. Okay. Dann... So, dann sind sie jetzt alle. Dann, ja. Doch, es wird langsam sehr viel und sehr voll. Hm. Die Bewohner wollten weiße Kugeln. Aber silber ist ja auch noch luxuriöser. Das passt schon. Jetzt warte ich auf Karni, der sich die grünen Kugeln geliehen hatte. Aber dazu kommen wir an einem anderen Tag. Oh je, auch noch grüne Kugeln. So, jetzt gab es aber die Fragmente. Du wirst jetzt ein wenig zu tun haben. Nimm all diese Lichterketten und dekoriere die Stelle in der Umgebung. Es sind vier Lichterketten für jeden Stall. Damit sollst du die Stelle bei Steves Farm beim Pferdesportcenter in Whaledale, Vergrove und Moorland dekorieren. Okay, also... 20 Lichterketten, fünf Stelle. Dann fangen wir mal bei Steve an. Der ist ja so... ...gleich hier um die Ecke. Ja, dann werden wir doch ein bisschen mit dem Transporter unterwegs sein. Denn... Das wird sonst definitiv zu lang. Ach, und eine Box mit ausgelassen. Ja. Das ist natürlich... Aber ist doch ganz nett. Auch im Stall so ein bisschen... Na gut, die Übernachtsketten hier vorne hingen ja schon. Noch ein bisschen geschmückter. Ein bisschen mehr Weihnachtsschmuck. Gut, dann das Pferdesportcenter und... Danach geht's nach Whaledale. So. Auch weil ich das Inventar noch aufhabe, kann ich hier... Nee, jetzt nicht mehr. Okay, auch komisch. So. Den... ...schmücken. So, dann wäre der Stall auch schon wieder fertig. Dann auf nach Wilder. Ach, Quatsch, Quatsch. Das wollte ich gar nicht öffnen. Na, egal. Mache ich gleich. So. Ich frage mich aber, warum wir nicht nach Fort Pinter müssen und den Stall da schmücken müssen. Hängen da die Lichterketten schon? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich wusste nicht, dass es noch mehr Lichterketten in den Ställen geben wird. Und, ähm, ja, an sich wäre es ja schon sehr nett, wenn alle Ställe dann noch mehr Deko erhalten würden. Aber momentan scheint dies nicht der Fall zu sein, wenn nicht schon Lichterketten da hängen. So, auf nach Firgrove. Und nach Moorland lasse ich mich dann abholen. Und, ähm, ja, dann geht's zurück zum Ratsmann. Ich weiß auch gar nicht, wird denen erzählt, dass er, ähm, dass wir da waren und die ganzen Lichterketten aufgehängt haben? Oder reicht ihm das, wenn wir da sind und ihm sagen, wir haben es gemacht? Na gut, er erkennt uns ja nicht erst seit heute. Deswegen, ich denke mal, er vertraut uns da schon. So. Der letzte Stall. So, Anforderung erfüllt. Aber, heute kann man bei Frau Holzwölf wieder die, ähm, Aufgabe machen, die Würstchen herzustellen. Das machen wir jetzt schnell nochmal zwischendurch. So, das brauchen wir nicht nochmal lesen. Das kennen wir ja schon. Machen wir ja nicht zum ersten Mal. So, wieder schön die Würstchen auf den Boden schmeißen. Ähm, ja, das sind so Aufgaben, die sind nicht ganz so schön, finde ich, wo man so oft ein und dieselbe Stelle anklicken muss, so ohne irgendwas weiter zu machen. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ja eigentlich nur noch da stehen und anklicken. So. So, gleich haben wir es. So. Anforderungen erfüllt. So, danke. Und wir bekommen nochmal Weihnachtsfragmente. So, jetzt aber auf nach Silverglade. Ach ja, ich hoffe mal, wir bekommen zu dieser grünen Decke noch, ähm, Sattel und Trense passend. Das sähe dann ein bisschen schöner aus. Dann müsste ich mir auch den grünen... Habe ich die dabei? Ne. Es gibt ja noch so ein grünes Outfit, dazu habe ich aber keine Mütze. Hm, das ist ja auch schade. Aber das sähe dann bestimmt auch sehr cool aus. Oder ich bleibe in Rot. Und das Pferd trägt Grün. Passt ja eigentlich auch. Hm. Nochmal schauen. Ich hoffe mal, wir bekommen da noch die restlichen, ähm, Set-Teile. Ich hoffe mal, dass das ein Set ist und nicht nur eine einzelne Decke. Denn, äh, soweit ich gesehen habe, kann man nichts, äh, Passendes dazu in den Shops kaufen. Keine Trense, kein Sattel. Jetzt sind die Ställe der Umgebung dekoriert. Sehr gut gemacht. Und das gibt sogar einen Wunsch. Sehr schön. 26 Wünsche jetzt schon. Während du unterwegs warst, sind die Weihnachtsfackeln gekommen. Wir werden sie hier anzünden. Traditionell werden sie bei allen drei Eingängen aufgestellt. Und auf den Pfeilern bei den Treppen. Bitte platziere sie an den verschiedenen Stellen im Dorf. Gut, und das gibt dann wieder Fragmente. So, hier fangen wir dann gleich mal an. Das macht auf jeden Fall schon was her. Ähm, diese Lichter. Schon ganz nett. Also, ich glaube, Silverglade hat dann mehr Dekoration... Oh, das braucht man nicht. Hat mehr Dekoration als die anderen, ähm, Dörfer, Städte, Orte. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, solche Lichter irgendwo anders schon gesehen zu haben. Und da wir bestimmt noch einiges hier machen dürfen, kommt da noch ein bisschen was dazu. Das ist ein bisschen schade. Wenn Leute Quests haben, kann man da nicht nah dran vorbeilaufen. Ja, gallig. So, und dann den Ausgang zum Schloss noch. Dann haben wir alle drei Ein- und Ausgänge. Und an den Treppen müssten dann ja auch überall welche sein, denn wir haben keine Lichter mehr. So. Ist es nicht schön geworden mit den Fackeln? Sie vermitteln sein Gefühl von Wärme. Ja, und wir dürfen bis morgen warten. Hm. Dann schauen wir mal. Gibt es noch tägliche Weihnachtsaufgaben? Babysitter. Sammle die Wunschzettel der Kinder. Ja, das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Da versuche ich nochmal hinzukommen. Flott. Ja, Weihnachtsmann in Jala Heim. Genau, das hatten wir noch gar nicht. Dann werde ich damit auf jeden Fall anfangen. Vielleicht dann nochmal das Babysitten machen. Je nachdem, wie viel Zeit da noch ist. Und, ähm... Ja, sonst mache ich das dann halt einfach nach der Folge. Ich hoffe mal, dass ich dann so ziemlich alle möglichen Weihnachtswünsche zusammenbekomme in der Zeit. Ich gebe zumindest mein Bestes. Bis jetzt, ähm... Fehlt mir nur die Aufgabe, glaube ich, vom ersten Tag, an dem es die Weihnachtsaufgaben gab. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht, aber... Seitdem jeden Tag die täglichen Aufgaben. Ja, doch. Das ist schon, ähm... Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ähm... Es ist halt nur blöd, dass sich einige Aufgaben doch öfter wiederholen. Zum Beispiel bei Frau Holzhoff diese Würstchen machen. Das, ähm... Ja, doch. Gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Auf jeden Fall. Genauso wie dieses Flaschenbefüllen bei der Baroness. So, Jala Heimfeld. Na, bin ich schon mal gespannt. Ob es da eine Sammelstelle gibt für die Briefe. Oder ob wir jetzt wirklich alle Kinder ablaufen müssen und das alles einsammeln müssen. Hm-mm. So einen Briefkasten dafür habe ich zumindest noch nicht gesehen. Aber das heißt ja überhaupt nichts. So. Ho, ho. Es gibt noch mehr Kinder mit Wunschzetteln. Doch sie haben keine Briefmarken. Kannst du die Wunschzettel einsammeln? Auf deiner Karte siehst du, wo die Zettel eingesammelt werden. Wo du die Zettel einsammeln kannst. Aha. Okay. Hier soll... Achso, auf dem Boden da. Und das ist aber... Hm. Dann soll hier hinten irgendwo... Bei dem Herrn hier liegt einer. Dann bei den Sunfields, so... Soll auf jeden Fall einer sein. Wenn nicht sogar zwei, wenn ich das... Obwohl, wenn man danach geht... Die haben ja drei Kinder. Oder... Ich weiß nicht, gehört der Kleine hier hinten dazu? Aber der wird wahrscheinlich noch keinen geschrieben haben. Der wird höchstens gemalt haben. Ja, Freya hat auf jeden Fall einen. So. Was haben wir gemacht? Hier hinten liegt noch einer. Und hier vorne. Gut. Dann haben wir schon mal fünf von acht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das war allerdings schon schlecht. So. Die Goldsp... Ja. Goldspurs. Da nehme ich dann einfach mal den Transporter hin. Spart wahrscheinlich nicht so viel Zeit, aber... Machen wir jetzt trotzdem einmal. So oft habe ich den nämlich noch nicht benutzt. Na gut, so lange habe ich ihn ja auch noch gar nicht. Also... Von daher... So. Wo sind hier... Zettel? Ach, das Babysitten könnte man dann ja rein theoretisch auch gleich noch machen. Und in der Schubkarre. Hm. Ja, dann machen wir doch das Babysitten auch gleich nochmal. Dann ist das auch geschafft. Und das bringt sogar gleich zwei Weihnachtswünsche. Also das Babysitten lohnt sich definitiv. Weihnachtswünsche und zwei Fragmente. Ich finde immer noch, das sieht ziemlich komisch aus. Und ich weiß auch nicht, warum wir beim Babysitten den Kleinen die ganze Zeit hinterherlaufen. Aber... Aber... Es wird wohl seinen Sinn haben. Vielleicht spielen wir ja auch einfach Fangen. Das, äh... Möglich wär's. So, jetzt sind wir aber fast fertig mit Babysitten. Okay. Sie, die beiden sind wieder da. Und dann müssen wir noch schauen. Den letzten Brief. Ach, der muss da unten sein. Unten beim anderen Teil der Goldspur-Farm. Hm, hm. Aber wer hat den dann geschrieben? Oder ist der von Idun und der beim Brunnen war von, ähm... Wie hieß er denn? Lok? Na gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle... Geben die dann noch ab. Und, ähm, mal schauen. Vielleicht werde ich da noch ein paar Fragmente gleich einlösen, wenn ich schon mal da bin. Ja, es fehlt eigentlich nur so... Also, es sieht ja schon sehr schön aus, aber... Ich weiß nicht. Gibt es sowas? Ähm, fällt auch irgendwann Schnee in Jorvik? Wirklich so, dass man das Gefühl hat, es schneit? Sowas wie hier. Hier ist ja auch so... Hier schneit's ja auch irgendwie. Sowas. Sowas finde ich sehr schön. Gibt es sowas später noch? In irgendeinem anderen Update? Mich würde es auf jeden Fall freuen. Danke, Lucy. Jetzt gehe ich mal diese Wunschliste durch. Dann wollen wir mal sehen. Eine Puppe, ein Auto, Kaugummi und Frieden auf Erden. Wie schön, oder? Hoho. Ja. Ich glaube, Frieden auf Erden, das wird, äh, so einfach nichts. Ähm, damit verabschiede ich mich aber für heute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020